So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video hier bei JBTrading, deinem YouTube-Kanal von Trader, für Trader. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum, was erwarte ich für die nächsten Stunden. Aber zuerst natürlich, wie immer, wie seit fast zwei Monaten jetzt, am Anfang immer, was machen unsere laufenden Copy-Trades über BingX, VeChain, 70% im Profit, Render, 74%. Diese Trades werden aber laufen gelassen in der Regel oder die werden ein paar Wochen laufen hier. Da werden nachher dann ganz, ganz andere Zahlen dran stehen. Hoffe ich mal, wenn alles gut geht, wie berechnet. Sonst ist nichts dazu gekommen. Beim Perpetuals auch hier nach wie vor IOTA 10% im Profit, HBAR 23%, knapp 24%. Aber wie gesagt, das sind auch Swing-Trades, die werden auch länger laufen. Ist ein kleines Pilotprojekt. Ob das funktioniert mit Margin rausnehmen und mit Teilprofite als Copy-Trader. Bis jetzt funktioniert es, so wie die Rückmeldung ist. Schauen wir mal, ob das wirklich so beibehalten wird und dann wird dafür extra ein Video kommen von mir in den nächsten Wochen oder Tagen, je nachdem. Und dann erkläre ich das, weil da muss man doch einige Sachen beachten. Also sieht alles nicht schlecht aus, alles im Profit. Schauen wir uns an, was macht Bitcoin. Gestern habe ich euch ja gesagt, dass der Markt hier zurückkommen kann, weil mich diese Aufwärtsbewegung, was wir hier gesehen haben, nicht überzeugt. Die Aufwärtsbewegung, was wir jetzt haben, überzeugt mich auch noch nicht. Also ihr seht es hier, wir kämpfen uns hoch, wir haben keinen Impuls nach oben. Der letzte Impuls war hier aus dieser Kerze entstanden, aus diesem neuen Low kam dieser Impuls nach oben. Und seitdem kämpfen wir uns nach oben. Das ist, sagen wir es mal so, alles andere als überzeugend, was der Markt macht. Und warum ist das so? Weil wir hier übergeordnet in einem bearischen Trendwendebereich jetzt angekommen sind. Dieser Bereich liegt bei 66.200 bis hoch zu 68.400. Übergeordnet natürlich 70.000 US-Dollar, das ist 78.6. Wir sollten auf jeden Fall, ich sage es immer wieder, mit einem Impuls, und zwar mit einem starken Impuls und nicht mit so einem Gekriegsel, was wir jetzt hier sehen. Ja, nicht so etwas hier sehen und hochgehen, weil sonst gehe ich davon aus oder kann es sein, dass wenn wir hier oben ankommen in dieser Region, ja von 68.000 bis 70.000 US-Dollar, dass wir von hier aus dann einen stärkeren Abverkauf sehen könnten wieder. Ähnlich wie in anderen vorherigen Zyklen, wo wir hier oben in diesem Bereich waren, war auch mal eine Zeit lang Resistance. Da haben wir auch mit einem Impuls das nach oben gebrochen und das will ich auch hier sehen. Ja, in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, weil sonst ist es einfach ohne Kaufdruck hinterher. Es ist einfach nur eine Bewegung, um eventuell Verkäufer in den Markt reinzubringen. Beziehungsweise werden hier Verkäufe getätigt, um Profite zu realisieren. Also, ich will das hier sehen von Bitcoin in den nächsten Stunden, dass wir hier hoch und dann so eine Kerze hoch sehen, Richtung 69.000 US-Dollar. Und dann von hier aus in eine kleine Zwischenkorrektur gehen und dann von hier aus weiter nach oben durchziehen. Ziel-Level von dieser Grünsequenz, was aktiviert ist, was mir aber immer noch nicht gefällt. Gehen wir auch gleich zum Alternativ-Szenario natürlich. Also Ziel-Level von dieser Grünsequenz sind nach wie vor 72.500 knapp bis 74.750 US-Dollar. Das würde uns genau hier in diese Range reinbringen, wo ich euch schon seit Wochen eingezeichnet habe, wo hier dieser Mega-Block ist. Diesen müssen wir nach oben durchbrechen und zwar mit viel, viel Karacho. Ich sage es, wie es ist, weil sonst werden wir hier reingehen und hier wieder eventuell rejected werden. Ja, also deswegen, ich bin noch nicht überzeugt von dieser Aufwärtsbewegung, was wir hier sehen bei Bitcoin. Deswegen kann es immer noch sein, dass wir hier eine kleinere Zwischenkorrektur sehen und hier nochmal diese gesamte Aufwärtsbewegung noch einmal korrigieren. Wir sind jetzt hier gerade an diesem letzten Order-Block, was wir hier hatten, bevor die Korrektur nach unten kam, diese kleinere Korrektur. Genau da befinden wir uns jetzt und ich bin nach wie vor, wie gesagt, nicht überzeugt. Ich will das hier sehen. Und gehen wir jetzt zum Alternativ-Szenario. Es kann sein, wie gesagt, dass Bitcoin hier nochmal diese gesamte Aufwärtsbewegung, was wir hier gesehen haben bei knapp unter den 60.000 US-Dollar, respektive 59.500 US-Dollar. Dass wir diese Bewegung noch einmal korrigieren, dass das hier die erste Welle nach oben war und dann von hier aus dann eine kleine Korrektur sehen. Ziehe ich mal die Levels gerade für euch nach. Und zwar ist dieses mögliche Szenario knapp 63.000 US-Dollar bis runter zu ziemlich genau 61.000 US-Dollar. Es kann sein, dass wir hier noch einmal runter gehen, aber wie gesagt, wir müssen es nicht. Der Markt kann hier jederzeit einen Impuls nach oben vollziehen, aber er muss auch einen Impuls vollziehen. Ich will nicht, dass der Markt sich hier nach oben schleicht. Ein Impuls sollte in den nächsten Stunden im besten Fall im Laufe des Tages heute erfolgen. Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, dass wir erstmal rejected werden und hier runter gehen. Wie gesagt, ich werde mich auch in diesem Bereich, in diesem blauen Bereich hier, werde ich mich long positionieren. Mit einer kleinen Long-Position, wie gesagt, wir sind hier übergeordnet in bearischen Gefilden nach wie vor. Solange wir nicht die 68.800 massiv nach oben hin durchbrechen, respektive die 70.000 US-Dollar mit viel Kaufdruck nach oben durchbrechen, ist immer noch mein Primärszenario, dass wir hier nochmal runter gehen können auf die 59.300. In den Alternativ-Szenarien kennt ihr, dass wir hier auch runter gehen können bis 46.000 US-Dollar. Nach wie vor, wie gesagt, solange diese rote Box hier hält, das große hier, solange wir das nicht massiv nach oben durchbrechen, diesen Bereich, wo wir jetzt gerade drin sind, wo wir rejected werden, kann es immer noch sein, dass wir eine größere Korrektur bis runter an die 50.000 US-Dollar sehen. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht überzeugt von dieser Aufwärtsbewegung. Schauen wir mal, ob mich Bitcoin oder der Markt mich von einem Besseren belehrt in den nächsten Stunden. Ich will es aber auf jeden Fall sehen, sollten wir hier weiterhin bullisch unterwegs sein. Bis dahin kann ich leider nicht sagen, dass wir bullisch sind, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, natürlich sowieso vollkommen bullisch bei Bitcoin. Also, das ist das für die nächsten Stunden. Sollten wir hier rejected werden, gehen wir nochmal runter. Ich werde euch aber natürlich nach jedem neuen High oder wenn ich sehe, dass hier eine kleine Korrektur eingeleitet wird, werde ich natürlich in der Telegram-Gruppe euch diese Einstiege aktualisieren mit Stop-Loss, mit Hebel, mit alles drum und dran, wie ihr es von mir gewohnt seid in der kostenlosen Signalgruppe natürlich. Also, soviel zu Bitcoin. Ethereum hat auch hier bewegt sich etwas besser als Bitcoin. Wir sind hier schon fast am 100er Extensionslevel angekommen, bei 3287 US-Dollar. Ja, Ethereum tut sich etwas leichter hier, aber auch hier habe ich schon in den letzten Videos erklärt. Wir haben hier schon Higher Lows in den Markt eingebracht, deswegen, aber auch hier bei Ethereum, ich bin noch nicht voll, völlig überzeugt, ja. Aber es sieht auf jeden Fall etwas besser aus als Bitcoin. Es ist auch möglich, dass wir jetzt hier eine kleine Alcoin-Season sehen, deswegen habe ich ja auch diese Trades bei Render und bei VeChain eröffnet. Es kommen noch ein paar dazu wahrscheinlich jetzt, je nachdem wie sich die Märkte verhalten, aber dazu mehr natürlich in der Signalgruppe. Also, bei Ethereum ist es auch hier, wir müssen dieses High durchbrechen, 3273. Das liegt auch hier, das 100er Extensionslevel und das liegt auch genau hier an diesem letzten High, bevor es die kleinere Korrektur nach unten gab mit diesem neuen Low hier. Das müssen wir auf jeden Fall nachhaltig durchbrechen und auch hier im besten Fall mit einer großen Kerze und zwar das hier in den nächsten Stunden und im besten Fall über die 3.350 US-Dollar drüber gehen. So etwas in dem Bereich von 3.400. Dann hier eine kleine Zwischenkorrektur machen und dann von hier aus weiter Richtung C-Level von grün gehen. 3.600 bis 3.800 US-Dollar. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Jetzt für heute, für den heutigen Tag, Entschuldigung für das kleine Wirrwarr gerade, ist es wichtig bei Ethereum, wir konzentrieren uns mal auf diese Sequenz hier, die ist für mich valider als bei Bitcoin, 3.124 bis runter zu 3.061 US-Dollar. Respektive kann es auch natürlich hier der Markt, solange wir diese 3.287 US-Dollar nicht signifikant rausnehmen, kann auch bei Ethereum der Markt hier nochmal eine Gesamtkorrektur einleiten von dieser Aufwärtsbewegung. Dann würde es uns, Stand jetzt, Richtung 3.047 bis 2.941 runterbringen. Aber auch dazu natürlich dann in der Signalgruppe, wenn sich etwas am Markt tut, signifikant. Schauen wir mal, ob der Markt uns hier etwas gibt. Aber konzentrieren wir uns bei Ethereum erstmal auf das Weiße. Ist für mich relevanter, Stand jetzt, weil mir einfach die Aufwärtsbewegung etwas überzeugender ist als bei Bitcoin. Also, wie gesagt, bei Ethereum das Weiße muss halten und bei Bitcoin gibt es natürlich auch ein BC-Korrektur-Level, von dem ich aber noch nicht überzeugt bin. Und dieses Level für die Macro-Stars hier, wo Macro-Counts sehen wollen, ist dieser Bereich hier bei 64.650 bis runter zu 63.635. Sollte das hier nicht halten, geht es hier runter. Aber diesen grünen Bereich trade ich zum Beispiel nicht. Das ist mir schon zu intern bei Bitcoin, das ist mir zu gefährlich. Deswegen für mich relevant. Dieser blaue Bereich, sollte der Markt hier reingehen, werde ich mich long positionieren. Wenn ihr nicht reinkommt, ist es halt so. Wir sind mit anderen Trades am Laufen. Und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Ihr habt schon gemerkt, heute eine etwas komische Uhrzeit. Es wird diese Woche unbeständig von den Uhrzeiten her sein. Meine kleine, beziehungsweise eine große ist die ganze Woche bei uns. Sie hat, oder ihre Mutter hat Termine. Deswegen ist sie bei uns die ganze Woche. Ich versuche natürlich konstant zur gleichen Uhrzeit, sprich, um die Mittagszeit herum, euch ein Video hochzuladen. Versprechen kann ich es nicht. Aber es kommt auf jeden Fall täglich ein Video. Und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, einen schönen Montag. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung hier an alle Einzelnen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Macht es gut und ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.